Ja, Servus miteinander. Ein herzliches Dankeschön an den Bayer Dietmar aus Heroldsbach für die Nominierung. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ich habe nach 15 Jahren die Posaune ausgepackt, anlässlich der aktuellen Situation. Und ich will jetzt auch schön ziehen. Und ich will jetzt auch schön ziehen. Ja, das war's. Ich nominiere hiermit aus meiner R-Wert den Radmann Ingo, den Robert Jürgen und aus Herr Holzbach meinen Ladykracher-Kollegen den Bayerl Bernd. Prost! Servus!